Teil 13 Sehnsucht Als Hermine am nächsten Morgen aufwachte, brummte ihr der Kopf. Sie fühlte sich schwindelig, als sie sich aufsetzte und presste eine Hand auf ihren Bauch. Zuerst hatte sie das Gefühl, sich übergeben zu müssen, doch dann ließ der Schwindel etwas nach und sie atmete tief durch. Verzweifelt versuchte sie sich daran zu erinnern, was gestern Nacht passiert war, doch es fiel ihr partout nicht mehr ein. Oh, Filmriss, murmelte sie leise, als sie begriff, was ihr widerfahren war und schüttelte ungläubig den Kopf. Sie setzte sich vernünftig im Bett auf und atmete ein paar Mal tief durch, bevor sie schließlich langsam aufstand und durch ihr Schlafzimmer tapste. Bei jedem Schritt pochte ihr der Kopf schmerzhaft und Hermine schwor sich, nie wieder auch nur einen Tropfen Alkohol anzurühren. Das war allerdings bisher immer der Fall gewesen, wenn sie aufgewacht war und diese Schmerzen verspürt hatte. Aus irgendeinem Grund hatte sie bisher jedoch nie daraus gelernt. Sie betrat das Wohnzimmer und schnupperte. Es lag ein Duft in der Luft, der ihr ziemlich vertraut war, aber sie kam nicht darauf, woher sie ihn kannte. Dann schaute sie sich um und ihr Blick fiel auf ihren Küchentisch. Einen Moment stutzte sie, dann ging sie langsam darauf zu und kniff die Augen zusammen. Was ist das denn? Fragte sie und rieb sich durch das Gesicht. Der Tisch war gedeckt und Hermine wusste nicht von wem und weshalb. Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie es selbst gewesen war. Auf dem Tisch stand ein Teller mit einem geschmierten Marmeladentoast und daneben ein Wasserglas, neben dem eine kleine Fiole lag, die unverkennbar einen Kopfschmerztrank beinhaltete. Hermine griff aber zuerst zu dem Glas Orangensaft, welches sie ebenfalls dort entdeckte und nahm einen großen Schluck. Jetzt war sie sich ziemlich sicher, dass sie sich das alles nicht nur einbildete oder träumte. Sie blieb ein wenig irritiert vor dem Tisch stehen und starrte auf das Marmeladentoastbrot, bis sie einen kleinen Zettel direkt neben dem Teller entdeckte. Sie griff danach und entfaltete ihn mit zunehmend klopfendem Herzen. Isst das Toast und nimm den Track. Verkatert kann dich im Büro niemand gebrauchen. Ich seh dich heute Nachmittag bei der Arbeit. Draco Hermine stockte der Atem. Sie sah von dem Teller zu dem Zettel und wieder zurück. Das hatte Draco getan? Hermine konnte sich nicht daran erinnern, dass er gestern überhaupt hier gewesen war. Plötzlich fuhr ihr der Schreck in alle Glieder. Wenn Draco gestern Abend hier gewesen war und sie sich bis zum Gedächtnisverlust betrunken hatte, dann bedeutete das vielleicht, dass sie ihm alles erzählt hatte, ihm vielleicht sogar gestanden hatte, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Oder schlimmer, eventuell hatte sie ihm sogar vor die Füße gekotzt. Hermine erschauderte, während sie sich alle Möglichkeiten ausmalte, wie sie sich vor ihm blamiert haben könnte. Sie schlug sich eine Hand vor den Mund, als der Gedanke durch ihren Kopf wanderte, dass sie möglicherweise versucht hatte, ihn zu verführen. Die darauf folgende Frage, die durch ihren Kopf schwirrte, war aber noch viel abstruser. Was, wenn es geklappt hatte? Hermine stöhnte und schüttelte dann den Kopf. Nein, selbst nach zwei Flaschen Wein war sie anständiger. Da war sie sich sicher. Sie griff nach dem Wasserglas, entkorkte die Pfiole und spülte ihren Inhalt mit einem großen Schluck Wasser hinunter, bevor sie sich umdrehte und ins Bad ging. Sie nahm eine heiße Dusche und versuchte verzweifelt, sich an den vergangenen Abend zu erinnern. Irgendwann gab sie es auf, wuschig die Haare und verließ schließlich die Duschkabine in der Hoffnung, dass ihr Kopf gleich klarer werden würde. Sie rang sich dazu durch, eine Ecke von dem Toast anzuknabbern, legte es dann aber direkt wieder auf den Teller, weil ihr augenblicklich schlecht wurde. Dann warf sie einen Blick auf die Uhr. Es war kurz vor Mittag und Hermine beschloss erst nach der Mittagspause ins Ministerium zu gehen. Sie zog sich langsam an, stülpte sich eine dicke Wollmütze über die Locken und schlüpfte schließlich in ihre Jacke. Dann entschied sie sich für einen erfrischenden Spaziergang am Ufer der Thämse, der ihrem Kopf gut tat und ihr gleichzeitig Zeit zum Nachdenken gab. Sie lief langsam und fuhr nur ein paar Stationen mit der U-Bahn, die zu dieser Zeit relativ voll war. Dann betrat sie das Ministerium durch den Besuchereingang, gab ihren Zauberstab an der Kontrolle ab und betrat schließlich einen der goldenen Aufzüge. Heute war sie allein und ziemlich dankbar dafür. Erst im letzten Moment quetschte sich noch eine weitere Person durch die sich bereits schließende Gitter und Hermine brauchte einen Moment, bis sie Draco erkannte. Sie blieb stocksteif stehen und sah ihn an. Er drehte sich herum, erkannte sie und ein Grinsen starr sich auf sein Gesicht. Du lebst ja noch, sagte er leise und seine Stimme hatte einen sanften Klang, der Hermine fast zum Dahinschmelzen brachte. Ich habe deinen Zettel gefunden, meinte sie statt einer Begrüßung und er warf ihr einen interessierten Blick zu. Und hat er dir gefallen? fragte er und grinste immer noch unverschämt. Hermine stand kurz davor, das zu bestätigen, doch sie hielt sich zurück. Er war wieder eingefallen, dass sie sauer auf ihn war. Ich habe mich einfach gefragt, wie er dahin gekommen ist, sagte sie knapp und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie lehnte sich gegen die Wand des Fahrstuhls und öffnete langsam die ersten zwei Knöpfe ihres Anoraks. Draco ließ seinen Blick über ihren Körper wandern und Hermine erinnerte sich an die Befürchtungen, die ihr bereits heute Morgen durch den Kopf geschossen waren. Aber dann sah er sie wieder an und hob die Augenbrauen. Heißt das etwa, dass du dich nicht mehr erinnern kannst? fragte er und klang fast ein bisschen enttäuscht. Hermine schüttelte den Kopf und fuhr sich unsicher über die Stirn. Ich weiß gar nichts mehr, sagte sie schließlich wahrheitsgemäß und seufzte. Nur, dass ich getrunken habe und dann in die Badewanne gegangen bin und danach ist alles weg, murmelte sie und warf Draco einen kurzen Blick zu. Schade aber auch, sagte er achselzuckend. Ich habe mich letzte Nacht immerhin so gut um dich gekümmert. Hermine stockte der Atem und sie sah ihn erschrotten an. Doch genau in dem Moment, als sie den Mund öffnen und fragen wollte, was er damit sagen wollte, blieb der Aufzug stehen und die Gitter öffneten sich. Draco grinste und schlenderte aus dem Aufzug. Hermine stieß sich von der Wand ab und versuchte, mit dem Schritt zu halten, während die Gedanken in ihrem Kopf wirbelten. Was meinst du damit? zischte sie und strich sich nervös eine Locker aus dem Gesicht. Draco verdrehte die Augen und blieb vor ihr stehen. Er streckte eine Hand aus und legte sie an ihr Kinn, was sie verwirrte und ihr eine Gänsehaut über den Nacken jagte. Dann brachte er ihren Kopf in eine Position, die sie dazu zwang, ihm direkt ins Gesicht zu sehen. Wir haben es nicht getan, Hermine. Keine Sorge. Sagte er leise und Hermine musste sich beherrschen, um nicht hörbar erleichtert auszuatmen. Ich habe dich durch deine Wohnung getragen, dafür gesorgt, dass du dich anziehst und dich ins Bett gebracht. Erklärte er mit einem leisen Lächeln. Dann ließ er ihr Kinn los und setzte seinen Weg fort. Und wie, wie habe ich mich benommen? Fragte sie leise und schielte mit gerüchteten Wangen zu ihm nach oben. Du hast gesagt, dass du mich nicht sehen willst. Dann hast du geheult und dich an mich gepresst und mich umarmt. Und letztendlich hast du mich dazu gezwungen, neben dir zu schlafen. Hermine schluckte, als sie begriff, dass er die Wahrheit sagte. Aber eigentlich hat es mir ganz gut gefallen, fügte er hinzu und Hermine wich seinen Blick aus. Tja, sagte sie schließlich und häusperte sich. Jedenfalls war es das erste und das letzte Mal. Ich will dich nicht mehr sehen und eigentlich will ich auch gar kein Wort mehr mit dir wechseln. Draco warf ihr einen schnellen Blick zu. Dafür sprichst du aber ganz schön viel mit mir. Er warf die Bürotür zu, sodass sie wirklich niemand mehr hören konnte und stellte sich vor ihren Schreibtisch. Woher wusstest du von? Er suchte scheinbar die richtigen Worte. Von Barbie? Fragte Hermine und schnaubte. Das wüsstest du wohl gerne. Barbie? Fragte Draco und sah amüsiert aus. Er hob die Augenbrauen und versuchte, wieder ein wenig ernst da reinzuschauen, was ihm aber nicht sonderlich gut gelang. So sah sie jedenfalls aus, sagte Hermine einfach und seufzte leise. Mal wieder ermahnte sie sich innerlich, jetzt einfach ihren verdammten Mund zu halten. Reichte es nicht, dass sie sich scheinbar dermaßen vor ihm blamiert hatte, ohne sich daran erinnern zu können? Musste sie diese Blamage jetzt auch noch unbedingt auf die Spitze treiben, indem sie die eifersüchtige Verehrerin spielte? Ich verstehe einfach nicht, was du an solchen Frauen findest. Platzte sie schließlich aufgebracht heraus und lief abermals rot an. Sie konnte sich einfach nicht zusammenreißen. Ich hatte dich ganz anders eingeschätzt, zumindest, naja, in letzter Zeit. Setzte sie noch hinterher und wandte den Blick ab, als sich Dracos Miene verdunkelte. Wenn es dich wirklich interessiert, sie war nur ein Mittel zum Zweck, okay? Sagte Draco und hörte sich dabei schon wieder ganz so an, als wenn er auf dem besten Weg war, wütend zu werden. Hermine sah ihn an und nickte. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Aber das macht es nicht unbedingt besser, weißt du? Sie schüttelte den Kopf. Draco atmete tief durch und sah für einen Moment aus dem Fenster, als würde ihm das dabei helfen, nicht aus der Haut zu fahren. Und kannst du mir jetzt sagen, woher du das weißt? Warst du vor meiner Wohnung? Hermine schüttelte den Kopf. Ich kann es dir nicht sagen. Ich darf nicht. Sagte sie leise und drehte sich herum. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch, nahm die Mütze ab und sortierte ein paar Mappen, ohne dass es dafür einen Grund gegeben hätte. Sie seufzte leise, weil Draco einfach vor ihrem Tisch stehen blieb und sie weiterhin anstarrte, als wolle er die Informationen allein durch seinen eisernen Willen aus ihr herauspressen. Merlin sei Dank beherrschte Draco kein Legimentik, so viel stand fest, denn Hermines Lippen blieben versiegelt. Irgendwann gab er schließlich auf, drehte sich herum und ging an seinen eigenen Schreibtisch. Sie sprachen für den Rest des Tages kein Wort mehr miteinander. Als es Zeit war, nach Hause zu gehen, stand Draco auf, zog sich seine Jacke an und hängte sich seine Tasche um. Meld dich bei mir, wenn du weißt, was du willst, sagte er knapp, bevor er sich herumdrehte und den Raum verließ. Hermine starrte ihm verwirrt hinterher. Wenn ich weiß, was ich will? fragte sie ungläubig und schüttelte den Kopf. Wenn hier einer nicht wusste, was er wollte, dann war das ja wohl Draco. Es hatte ihn immerhin niemand gezwungen, sich mit Barbie zu treffen. Hermine machte Überstunden. Dann stand sie auf und verließ ebenfalls das Ministerium. Sie nahm fast denselben Weg nach Hause, den sie bereits morgens gelaufen war und betrat ihre Wohnung leicht fröstelt. Dann zog sie sich aus und verwandelte sich. Sie hätte nicht sagen können, was sie nun wieder dazu brachte. Im Grunde war sie immer noch wütend auf Draco, aber sie wollte ihn einfach sehen. Und es war immer noch am besten für sie beide, wenn er nicht wusste, dass sie es war. Sie verschwand mit erhobenen Schwanz in der Dunkelheit. oder damit sie verbrachen? wirklich auch mit ihr habt, dann liegt sie auch. Du hast den H 동안 und du hast den H2-K 4-K 3-K 4-K 4-K 5-5-Sens suchen. Und du hast den H2-K 5-K 6-K 5-K 5-K 5-B-4-K 5-K 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 6-K 6-K 6-K7-L-K 6-K.